Freunde, für euren Support, guck mal was ich besorgt hab noch, zwei PSN-Karten, der geilste Supporter kriegt eine. Wirst du dabei? Guck mal, ich war der Fall. Nein, Mann, die Labascheiße, ey, was sagst du? Junge! Wofür hast du den denn geholt? Hab ich doch grad gesagt! Ich hab's doch nicht verstanden! Ich hab's doch nicht verstanden! Du musst doch nicht verstehen, Junge, ja? Ja, was? Ich muss doch auch verstehen. Junge, Alter, ist doch mal... Ah! Gib mal eine Karte! Wer bekommt das, erklär euch! Mein Vater bekommt das, mein Vater! Der Vater! Ey, Joel hat Bart bekommen, ja? Zeig mal! Mach lieber nix, Bruder, die Kamera geht gleich kaputt, Junge! Zeig mal den Bart! Ja, wie zeig ich das denn? Wie hieß es dich, Alter? Bruder, ihr habt N! Für alle, der ganze Chat war grad voll mit R9, Wandspielung R9. Freunde, warte! Eigentlich wollten wir diese Woche, wir spielen aber nächste Woche, glaub ich. Weil wir haben echt einen wichtigen Videodreh, plus wir sind auch bei Hamed. Also wir haben was Wichtiges vor, es kommt was Wichtiges auf euch zu. Und wir können da nicht mit R9 hingehen. Heute, ihr FC24-mäßig, ihr kennt den Hasen, Freunde. Wir spielen heute um die Bestrafung, die dürft ihr heute am Ende des Streets. Dürft ihr entscheiden, welche wir von den beiden machen. Mach mal die Scheiße aus, Mann! Ey, ich will Inter-Miami nehmen. Ich hab noch nie mit Inter-Miami gespielt. Okay, Freunde, es geht wirklich los. Sorry für die Unverständlichkeiten, ja. War ein richtiges Match. Freunde, wir haben heute gesagt, wir spielen Nummer 9. Aber, vielleicht haben's gar nicht gehört, wir haben echt einen wichtigen Termin nächste Woche. Plus, wir sind bei Hamed's Dreh. Nächste Woche oder übernächste Woche. Wir werden zu 100% einmal ein neues Spiel, macht euch keine Sorgen. Morgen sagen wir euch schwamm. Okay, Freunde, FC Bayern gegen Inter-Miami. Ey, das wird ein Match, ich sag's nicht. Ey, warte mal kurz, warte mal, Bruder. Warum hab ich Bayern? Warte mal kurz, ja. Sag mal leise, Bruder. Zeige Fingmann. 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 Wie geht das? Wie geht das weg, Bruder? Ich hab Farben eingemacht, warum binden sie West Pink? Was ist das für ein FIFA-Match, Bruder? Mein Vater kackt sich in die Hose, ja? Alter. Aber du kannst doch hier drin X drücken. Nein, einfach nein. Auf einmal nein. Hallo! Boah, der ist Meter! Bringt nix, ich kann nicht schießen, Junge. Sagen die alle Viereck. Ich schwöre, sagt der Chat. Viereck. Hallo! Ey, wenn der reingeht, ne? Boah, bitte! Ich schwöre auf alles. Du spielst mit kaputten Controller besser als mit einem vernünftigen Controller. Ich merke das auch gerade, ja? Ey, Chat, ist das okay, wenn ich kurz kacken gehe? Warum denn? Warum denn? Warum musst du kacken, 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 Alter? Denkst du, ich hab nen Knopf, wo ich mal da aussuche, Junge? Mein Leben besteht nur aus Paragrafenzeichen, Alter, ja? Chat! Chat! Paragrafenzeichen, 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 Paragrafenzeichen! Was ist los, ja? Was ist los, ja? Ich muss kacken, ich schwöre, ich kack mir. Da geh kacken, da geh kacken! Nein, spiel! Ey, ich hab mal Angriff, Junge! Ich kack mir in die Hose lieber. Da geh doch kacken, Bruder! Oh mein Gott! Nein! Nein! Ey! Umfragen, ob ich kacken darf. Sag mal schnell, Chat, ja? Warum nein, Junge? Freunde, ich spiel heute taktisch, ja? Wie geht das? Wie geht das, dass du, wie geht das, dass du fühlst mit einem kaputten Controller? Sag, ich bin der Chef! Sag, ich bin der Chef! Ohne Ende! Störe, sollte ich die heute verlieren, ich raste aus! Ich pisse meine Fresserei! Du bist nicht in der Fressmannschaft, Alter! Hey! Entschuldigung, griseln aus, griseln aus! Mein Gott, ja! Einfach, ich hab einfach verloren, ja? Miroslav Klose! Oh, Chat, ja! Brich ab! Brich ab! Ich hab keinen Bock mehr! Nein! Ist doch noch alles aus Nachspielzeit! Ist egal, ist egal! Ich will das gewinnen, dass Frank Buschmann und Manny Brötmann sagen Bayern hat gewonnen! Ich nehme Deutschland! Was ist Deutschland? Das geht nicht, Bruder! Ich hab kein Land neben! Achso, und warum? Bruder, wir spielen mit Städte, Junge, ja? Ja, dann spiel ich mit Dortmund! Ja, ich spiel mit Dortmund, ja! Das ist doch alles von mir, Alter! Ey, wenn ich das Spiel jetzt verlieren sollte... Oh mein Gott! Ey! Da waren die Fans draußen! Dann bin ich wirklich der schlechte FIFA-Spieler, der Welt, wenn ich heute verlieren sollte! Warte, 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 warte! FC Jordan! Stern des Südens! Semis Oma hat Fußball! Du spielst schon, du spielst schon! Das ist doch Scheiße! Das ist doch Scheiße! Das ist doch Scheiße! Wie geht das? Alter, was ist los, Chat? Come on, Baby! Halleluja! 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 Hier nochmal die Wiederholung kurz, Chat. Ich geh kurz fuzen, ja? Klar! Anschein, ja? Schleifle hat sich beteiligt! Halleluja! Dann mit der Fall ist doch mal drei... Oh mein Gott, Junge! Papa! Hörnzö Rostov! Das war dein kleiner Hörnzö Rostov! Piss dich, Dortmund ab! Mein Gast, der Brescher ist toll! Ich bin, wie geht das? Bruder, ich bin aggressiv! Ich schwör, ich bin aggressiver als die Mensch! Go, on, Chat! Wie geht das auf, Bruder? Wie geht das auf? Wie geht das auf? Was machst du? Bist du doof, Bruder? Was machst du da? Heute ist nicht mein Tag, heute ist gar nicht mein Tag, heute ist gar nicht mein Tag, bitte! Ich check das nicht, ich check das nicht! Du hast doch den Ball, Junge! Ja, ich stehe 2-0 für dich, Junge! Meine Fresse, Alter, du spuckst und schreist so, Junge, ja? Tor, ich seh das. Ich seh das, Tor. Nein! Ich hab keinen Bock mehr! Ich hab keinen Bock mehr! Komm, wo ist Deutschland? Komm, wo ist Deutschland? Hansa, Rostock auf deine Eier, Junge, ja? Was geht ab, Baby? Nicht ein Tor, ich hab keinen Bock mehr! Ich schau, ich geb gleich auf, ich kack mich selber in die Fresse, Junge, ja? Ja. Ja, da haben wir die Chance! Ja, alle neue, immer noch! Wow, ein Tor, wow! Freunde, übrigens, das ist das letzte FIFA-Match, so in dieser Art. Wir werden ein bisschen die FIFA-Matches abwenden, beziehungsweise mit Gästen an verschiedenen Orten. Halt! Bruder, ja! Ich muss mich konzentrieren, warte mal, die Käppi, warum schmeiß ich mich weg hier? Ja, nur noch ein Tor ist das! Malen! Daniel! Ja, was ist los? Was ist denn los, Junge? Was ist los? Meine Fresse, Alter! Darauf hab ich gewartet, oh mein Gott! Darauf hab ich gewartet, Junge! Spiel, 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 du kleine Affenfänger, ja? Oh mein Gott! Spiel doch ein... Spiel doch! Hab ich bei dieser Dich auch gemacht, spiel doch! Chat, wir müssen ganz schnell was machen, ja? Ganz schnell müssen wir was machen, ja? Ich muss was für mich machen, sei mal leid, ja? Ich nehm nie wieder meine andere Mannschaft, außer mit denen, die ich spielen kann, ja? Ich brauch kurz, ich schwöre mir jetzt nicht, mir geht's nicht gut, ja? Ich werd diesen Controller nie wieder mein Leben loslassen, ja? Como ist das, Chat, ja? Ich bin so nah dran an meinem Erfolg, ja? Was ist denn da? Ich werd diesen Controller nie wieder loslassen, 3, 2, 1, los geht's! Los geht's, Chat, ja? Chat, bitte, ja? Chat, bitte, ja? Sabitzer! 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 Ja! Ja! Sabitzer! Sabitzer! Oh mein Gott, Junge! Oh mein Gott, Junge! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Please, don't cry mich, Junge! Provozier mich nicht, Bruder! Ich hab doch bis jetzt zurückgespielt! Du glaubst auf diesen Piss-X-Klopf, ja? Ey, ich guck da drauf, wie du es willst, Bruder, Herz! Nein, 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 nein! Adihimi! 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 Bitte, bitte, bitte! Oh, noch einer! Halt doch mal deine Fresse, Mann! Ja, okay! Ich hab dich gesehen, Bruder, mach dir keine Sorgen, Junge! Nein! Ey! Ey! Ich schwöre auf meine Mutter, ich bin überfordert, Chat, ja? Oh mein Gott! Was? Jetzt ist der Satz da! Nein! 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 Oh mein Gott, Chat! Was ist das Spiel? Boah, hier sind so viele 1 auf 4 im Raum, Alter! Halt mal deine Fresse, Bruder! Halt mal deine beschissende Fresse, ja? Oh mein Gott! Ja, nimm doch jetzt das PSG, Junge, ja? Wenn du Mamba spielst zu Dortmund! El Klassico zurück, ja? Chat, Dortmund? Jeder sagt PSG. Das ist scheißegal, Junge! Wir spielen jetzt um 1000 Euro, ein Mann oder nicht! Ey, ich hab doch kein Geld dabei! Ja, ich hab auch kein Geld dabei! Morgen geben wir das im Stream um 1000 Euro! Aber nur das Match! Geh nur das Match! Chat, ich liebe euch, aber sei leise, Jago! AAAAAAAH! 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 AAAAAH! 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 Was willst du, Junge, ja? AAAAAH! 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 Was ist das? Musiala, bitte, Musiala, bitte, Musiala, bitte, ich sag doch bitte, ja. Ich sag doch bitte! Danke! Chat bitte, ja, Ruhe, Ruhe, Chat, Ruhe, ja, ich brauch Ruhe, ich bin E-Sportler, ja? Ja, ja. Mein Name ist John Alman, ich bin geboren am 26.9.2002 und heute ist der 10. März 2023. Papa, ich liebe dich, ich liebe euch, Eligella, ich liebe dich. Ich liebe euch alle, mein Name ist Jordan. Jordan, bleib doch auf, du Sportstil! Mein Name ist, ich schaff alles, ich tu dir gleich Sachen an! Ja, Bruder, ey, was machst du da? Was machst du da? Bist du doof? Also, Tassenschrank, was geht dein Bier ab, Alter, ja? Ah! Ah! 13 Cent gespendet, wir haben den Schlafen bekehren. Meine verbreckste Fresse hier! Ich bin in diese Jammer! Du hast die Lampe kaputt gemacht. Ich schwör auf meine Mutter, du hast die Lampe kaputt gemacht. Ich schwör auf meine Mutter. Ich schwör auf meine Mutter, du hast sie kaputt gemacht. Dummes, hirnloses Kind, Alter, ja? Ich schwör auf alles, ja, wir machen nur Minus im Ding wegen dir! Ja, toll, toll, toll! Die Lampe ist kaputt! Die Lampe ist kaputt! Ich bin ein neuer Johnny. Ich lach nicht, Bruder, ich lach nicht, ich weine! Ich schwör auf meine Mutter, mein Leben hat keine Ahnung, Bruder, ja? Der Typ ist besessen, Bruder, ja? Ja, wo ist so ein Gerät hier, Junge, ja? Wo ist das Unterteil denn? Das ist da auf den Tisch, das ist kaputt abgebrochen, Bruder! Wie geht das, Junge, ja? Ja, wie, wie geht das, wenn man so ein Kick da reingebt, Junge? Oh mein Gott. Ja, Jens Klubuster! Wenn ich jetzt doch gewinne, ich schwöre auf alles, ne? Ich schwöre, ich gehe in, äh, wie heißt das? Junge Spooks, der Rekord rein, ja? Ich, wir spielen FIFA ohne Musik und du stinkst gerade nach Rauch, Bruder, also nach Feuer. Irgendwas ist verbrannt, Bruder. Hören die wenigstens Musik? Die hören das auch nicht. Du hörst nicht auf damit. Mein RTL! Ja, hab keinen Bock mehr, Bruder, mach das schon aus. Ich schwöre auf, meine Mutter macht das aus, Alter, ja? Können wir eine Umfrage machen? Und zwar... Junge, ich muss doch schon 1.000 Euro geben. Mach einfach diese kleine Kasten da und fällst dich in mir. Also ich mach Riechsalz. Bruder, übertreib doch nicht, ja? Ich übertreibe nicht. Hey, Chat, ihr dürft jetzt entscheiden. Machen wir Riechsalz. Eine... Okay, das geht nicht, eine Minute. Zehn Sekunden dran ziehen oder dreimal ziehen. Bruder, ich kann da nicht dreimal ziehen. Dann wäre es dreimal ziehen, aber richtig nah. Bruder, ich schwöre auf alles, wenn ich da 10 Sekunden dran ziehe. Soweit ich 10 Sekunden dran ziehe... Dreimal, oder? Okay, wir machen das dreimal. Wo siehst du das, Junge, ja? Nein, ich bin doch nicht blind oder bist du blind? Bruder, ich kann nicht 10 Sekunden... Was, Bruder? Und ich kann nicht dreimal... Bruder, was riecht hier verbrannt, Bruder? Keine Ahnung. Du kannst wirklich nichts machen, so... Warte doch mal, wir wollten diese Woche um R9 spielen. Wir haben es nicht gemacht wegen dem Termin. Nächste Woche oder über nächste Woche. Ihr sagt mir jetzt ein Datumspieler. Das wird mir egal. Du hältst das bis hier an der Mundspitze. Dank für den Zapp, ich kann nicht mal was... Und ich will nichts riechen hören. Halt deinen F... Bruder, ich hau dir gleich einen in die Tresse, Sammy, ja? Bitte. Ich hoffe, meine Mutter hat nochmal die Schnauze, Junge, ja? Ja. Dreimal, du hast dich mal geschafft, eine Sekunde bist rumgerannt, ja? Ja. Ey, Freunde, den Rest hier drücken noch auf Twitch, Freunde. John-Unterschied, Sammy. Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich kann nicht noch mal. Doch. Zieh. Bist du nie mehr. Ich muss die nie mehr, bitte, aber... Zieh. Jordan! Ich zieh 15 Sekunden. Ich zieh 15 Sekunden lang. Jordan! 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 Nein! Oh, bitte! Bitte! Warum musst du mal alles kaputt machen, ja? Bruder, 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 lass mich kümmer auf die Kamera um dich. Was denn? Ich hoffe, meine Mutter geh zur Sonnerschule. Geh zur Therapeuten, bist du schade, damit weiß ich was. Oh mein Gott. Ich hoffe, meine Mutter, dies nicht mehr zu retten, Bruder. Was zu finden ist... Ruf mal Feuerwehr, Bruder. Ja, war zu Feuerwehr. Ich rufe Feuerwehr. Ja, Freunde, morgen machen wir... ...bauen wir hier ein MMA-Ring auf, ne? Und spielen da drin Basketball. Das nennt sich MMA-Basketball. Deswegen will ich euch alle morgen um 20 Uhr sehen, Freunde. Boah, hier riecht es verbrannt so. Ich hoffe, meine Mutter hier riecht es verbrannt. Ja, woher mir hier ist es gut, Freunde? Alle, die noch drin sind, ich sag, morgen wer die Adidas gewonnen hat, hört auf mit euren Scheißen! Die Adidas werdet ihr auch morgen erfahren, Freunde. Ja, wir können nicht mehr streamen. Du hast die Kamera kaputt gemacht. Freunde, ich liebe euch trotzdem, ja. Ihr seid die ganze Community ja. Ich hab mir die Hose gekackt. Ich bin nicht wieder.